Hallo Leute, heute hier in Elektro-Technik in 5 Minuten, ja, Elektromotor, und zwar ist es ein Synchron- oder ein Asynchromotor, wie erkenne ich das am schnellsten über das sogenannte Typenschild heraus? Ja, und das funktioniert ganz einfach und diesen Trick müsst ihr absolut wissen, also essentiell für jeden Elektro-Techniker, und zwar folgendes. Wie findet man das heraus? Ihr müsst euch immer hier auf die Drehzahl konzentrieren. Also, wenn ihr hier seht, okay, Drehzahl hier, Umdrehungen R durch Min, irgendwie sowas durch Minuten, wird das meistens angegeben, Umdrehungen durch Min, U durch M, und dann seht ihr hier eine Zahl. In diesem Fall hier 2800 Umdrehungen pro Minute. Was bedeutet das? Das bedeutet, soviel dreht ihr in der Minute. Das, glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Aber, wenn ihr euch die Zahl mal genau anguckt, dann seht ihr, 2800 ist jetzt keine schöne Zahl. Eine klassische Zahl wäre sowas wie 3000, weil er dreht ja bei 50 Hertznetz, seht ihr, 50 Hertznetz, und 60 Sekunden sind 3000. Also, 3000 Sekunden ist eine schöne Zahl. Und eine schöne Zahl, sage ich immer, ist ein Synchronmotor, weil der dreht sich zur Synchronfrequenz, also zum Synchrondrehzahl, und wenn es keine schöne Frequenz ist, dann ist es ein Asynchronmotor. Also, unterm Strich. In dem meisten Fall heißt es hier, wenn es 3000 hier steht, dann ist es Synchron, wenn hier etwas ein bisschen kleiner als 3000 steht, dann ist es ein Asynchron. Also, 2800 Umdrehungen ist ein Asynchronmotor. Oft kann hier noch sein, also wenn man ein Pol per Zahl 2 hat, dann steht hier 1500 oder 1440, sowas rum. Bei 1500 ist es ein Synchron. Also, wenn die Zahl schön ist, ist es ein Synchron. Wenn die Zahl unschön ist, also sowas wie 1440, dann ist es ein Asynchron. Ja, kann man noch weiter treiben, zum Beispiel 750 Umdrehungen wie ein Synchronmotor, und wenn es jetzt heißt 680 Umdrehungen, so, dann ist es ein Asynchron. Geht mal davon aus, in der Regel habt ihr einen Asynchronmotor in der Hand, weil die Teile einfach billig sind, robust sind, und ja, einfach gerne hergenommen werden. Ja, das, wie erkenne ich, ist es ein Synchron, ist es ein Asynchron, so einfach geht das. Und jetzt hoffe ich, hat, äh, hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen, weil, ja, gebt einen Daumen hoch. Ähm, hier oben könnt ihr noch, hier oben, da, wo die Spitzen sind, könnt ihr noch abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen Video, und hier unten könnt ihr noch zum Videokurs weitergeleitet werden, wenn ihr drauf fliegt. Also, macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen, euer Alexander, ich bin Rechenge, für mich noch und tschüss.